Ops... TROI-E-GUSTI! Okay, ein kleines Lager. Vogelsscheuche... Stark. Todesfahrt mal wieder. Da ist Sniper und Vogelsscheuche schwach. Vogelsscheuche stark. Sniper... ... eine Salzwiegstelle oder so. Keine Ahnung. Stimmt das? Ich bin da näher ran. Auch keine Ahnung, ist der jetzt nicht. Okay, schon wieder einmal rum. Gut. Habe ich da jetzt... Ja, da kann es. Ist aber nicht viel. Vielleicht kommt es später mal irgendwann... Soll ich jetzt noch zu... War ich da schon? Nein, da war ich noch nicht. Dann fahren wir da noch hin. Und dann da, oder? Oder erst hier? Hm... Hm... Erstmal hier. Das sollte dann passen. Denk ich mal. Oder? Ja. Gut. Ich glaube ich habe alles. Ähm... Eins. Gut. Und Space Abwärts. Und Space Abwärts. Hm, 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 hm. Ich komm mach hin. Scheiß Luftballon. Ich will nur so eine Scheiß Luftballon, äh, wie in Metal Gear Solid. Wo man dann ganz schnell nach oben schießt. Hihi. Ist da noch was? Nö. Ich glaube nicht. Ach, da war Hundefutter wieder. Okay. Können wir wieder einsteigen. Ich will ja die Karre da... Wenn ich die zurückbringe dann in die Festung, dann habe ich die, glaube ich, oder? Eigentlich brauche ich die Karre hier ja gar nicht. Lass ich denn hier mal stehen. So. Nehme ich die Karre. Hört sich zwar ein bisschen komisch an, aber hat eigentlich Power unterm Arsch. Feindliches Fahrzeug. Genau, bringe es zur Festung zurück, dann bekommst du es oder so. Hm. Oh, diesmal nicht überfahren. Ich will mal wissen, was das bringt. Hey du, du hast Durst, ich hab was für dich. Du Arschloch. Blödes. Da liegt er auf dem Boden. Hm, plündern wir. Hm, der will nix mehr. Dummer Hund, blöder, 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 verblöder, blöder. Boah. Töne 100 Feinde im Nahkampf. Cool. Ah, ich nehme die Karre. Die hatte ja auch noch nie. Yeah. Hm. Ob die wirklich schnell ist, weiß nicht. Hört sich auch ein bisschen komisch an. Hm. Na ja. So. Einfach geradeaus. Und da ist wieder so eine Fehrungescheue hier, so wie das aussieht. Komme ich da drüber? Äh, ich glaube nicht. Aber hier habe ich keinen Nuss. Na ja. Egal. Hat trotzdem was gebracht. Okidoki. Gib mal Gummi. Du scheiß Grätsch. Du blödes. Ich hätte einen anderen behalten sollen. Da gibt's noch eins. Da komme ich auch hoch. Von hier. So. Jibiii. Ich mach dich platt. Ich mach dich platt, wenn ich dich treffe. Ah, scheiße. Haha. Na ja, nochmal. Ein bisschen mehr Anlauf nehmen. Und dann... Darüber. Und da hoch. Uh. Gut. Ist geschafft. Sollte passen. Zerstöre 12 Vogelscheuchen. Eine Katze im Taubenschlag. Da muss ich hin, geradeaus. Nice Level. Gut. Jetzt wieder so einen Dungeon, glaube ich. Da gibt's ne Sniper. Und nen Luftballon. Da gibt's ne Vogelscheine. Dann fahren wir erst mal da hin. Oh oh. Gummi. 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 Bevor er uns trifft. Nö, das ist keine Vogelscheine, oder? Das ist keine Vogelscheine, oder? Doch. Ne, verstärkte, denke ich mal. Jetzt hab ich den Platten. Stark. Genau. Und da schwere da auch eine Vogel da oben auf dem Berg. Oh oh. Solang der das Fass da hinten nicht trifft, ist alles gut. Scheißblöder Sniper. Hm. Noch einmal. Dann ist der Platt. Hey, ich hab gar keinen Platten mehr. Ach doch. Andere Seite. Uff. Gut. Okay. Fahr ich jetzt nur noch kurz zu dem Vogel da hoch. Da hab ich bestimmt auch wieder paar solche Punkte zum Verteilen. Und dann geht's so dieses Schneiber-Arsch. Muss ich da hin? Ich glaub schon, das war doch bei Heißlochballon. Hm. 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 Wie komm ich denn da hin? Ach da. Okay. Da durch. Zu dem blöden Arsch da hoch. Äh. Mann, 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 Mann. Das sind irgendwelche Viecher, glaube ich. Hey du, geht's? Nein, das ist das, was ich bin. Vielleicht nicht. Vielleicht hast du ihn, den du innen gehst. Dass er dich mit seiner Weckheit verletzt wird. Enough. Sehr gut. Lass uns einen Blick auf, was du innen hast. Komm raus. Gott, gleich kommt er wieder mit seinem Staub. Ehrlich. So, 19 Stück habe ich. Das kann ich eigentlich höher schon komplett als Vollbomben. Warte, nö. Ich glaube, das sind noch ein paar mehr hier außenrum. Äh, erhöhe Max-Fähigkeit beim Plündern mehr Munition zu erhalten. Hm, weiß nicht. Ich will eher das hier. Ja, Schrott. Hier, weniger Treibstoff. Hm, weiß nicht. Das war länger im Vot-Modus bleiben. Ach, machen wir Munition auch. Länger benutzen, ohne dass sie verbrechen, die Waffen. Mehr Schaden ertragen durch mehr Gesundheit. Was war das? Legenden-Stufe. Um eine zu erhöhen, also um drei. Erhöhe Max-Fähigkeit, mehr Wasser von Wasserfällen zu erhalten. Da brauche ich eh nicht so viel. Gut, dann kratze ich halt wieder ab. Länger im Vot-Modus. Wie viel brauche ich denn noch? Drei, sechs, neun, zwölf. Vierzehn. Und acht habe ich. Hm. Kann ich da zwei? Und dann kann ich noch zwei andere voll machen. Das habe ich schon. Durch Nahrung mehr Gesundheit. Das fresse ich eh kaum. Weniger Treibstoff. Durch Waffen mehr Schaden zu verursachen. Hm, machen wir das da und das da, oder? Bestätigen. Wilder Teufel Stufe 6. Wilder Teufel Stufe 7. Und acht. Und gleich wieder 14 Punkte, oder wie? Dann kann ich ja gleich wieder zu dem Fuzi gehen. Nur, dass er nicht mehr da ist. Ach, scheiße. Dann muss ich an den Taschen drücken, dass der Pisser hier aufsteht. Voll vergessen. Eieieiei. Ist da irgendwas drin in dem Ding da, oder wie? Oder wartet da unten einer auf mich? Ach nein, das war der Barken. Der ist ja auch so ein rotes Symbol, wenn er nicht mehr gehört. Eigentlich nicht mehr gehört. Das muss man nicht mehr holen. So. Wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Ops. Das wollte ich nicht. Hehehe. Äh, Luftballon. War ich da nicht gerade eben? Äh. Keine Ahnung. Ne, das war da, wo das Neibar ist, genau. Habe ich noch keine Platten? Ja, leider. Ich muss ja auf die Straße da gehen. Wo ist denn eine Straße? Hier. Vielleicht schlattert er dann nicht mehr so extrem. Okay. Aber ich muss da rüber. Juhu. Juhu. Eieieieieieieieiei. Ich suche ja da kein anderer mit seinem Wagen rum. Ich froh den neuen Wagen. Da vorne steht, glaube ich, einer, oder? Geradeaus. Nö. Qualt nur irgendwas, oder? Oder auch nicht. Uuuuh. Ja, super. Vielleicht rückwärts fahren. Vielleicht bringt es mehr. Na, da ist ja nicht so schnell. Na ja. Dann fahren wir zum Sniper. Hin. Hallo, Sniper. Wie geht's dir denn so? Ich könnte hier nicht auch die Taschenbelegung lassen können. Das habe ich mich hier schon meistens dran gewöhnt. Und da komme ich bestimmt hoch. Ja. Sniper im Nahkampf. Besiegen. Wo war er denn? Ach, da unten. Was? Und der Fuder? Hm, ja, kommt runter. Gut. Oh, der hat einen Mund dabei. Zwei Snipergewehrkugeln. Okay. Jetzt noch ein bisschen Schrott. Gut. Können wir da wieder rein, wieder hoch und dann wieder gucken, was es Neues gibt. Ich ziehe dran am Kabel, aber geht nicht hoch. Du musst die Kabel zerstören. Was für Kabel. Ach so. Die Kabel. Hm. Hm, hm, hm. Na dann. Ach, verdammt. Jetzt muss ich wieder da aus. Oh nein, muss ich nicht. Hm? Gut. Ähm. Muss ich die jetzt abknallen? Ja, sieht so aus. Okay, und dann habe ich noch... Nein, ich habe da keine Sniper drin. Oder? Ich habe da keine Sniper drin. Na ja. Dann mach mir das da. So. So, Arsch-Gesicht, komm her. Oh, ich brauch jetzt aber das Ding. Nein, das Ding. So, und dann noch das da. Er lädt noch. Okay, alle Kabel weg. Mit dem komme ich wohl nicht da durch. Nö. Kann ich denn auch da stehen lassen. Oh je, oh je, oh je, oh je. Dann wieder da hochrennen und in den Luftballon rein und nach oben gehen und dann wieder rumgucken und wieder runtergehen und fertig. So, ich habe da noch irgendwas vergessen. Siehst du, meine Warrior-Site, dass wir wirklich entschieden haben? Siehst du es hoch? Ja. Glück gehabt. Ich dachte, ich habe noch irgendwas vergessen. Ich bin so, dass ich es hochgebracht habe. Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder eine Koldo. Fool Weins. Ja, ja. Auch eins. Da ist es so. Ich bin schon wieder eine Koldo. Ich bin ja schon wieder eine Koldo. Ich bin wohlführend. Ich bin ja so. Das ist so. Du darfst. Ja. Jetzt wird es wieder ein Sniper, oder? Todesfahrt, Vogelscheuge stark, Schneiber, Vogelscheuge stark, da war nix, nur Einbildung, Einbildung ist auch eine Bildung, dann können wir hier wieder runter gehen. Ah, da schützt noch ein bisschen was frei, okay. Dann noch bei DEMTA vorbeigucken und dann können wir hier wieder zurück gehen. Liefere Schrott 1500! Ah, da fallen wir uns nur noch auf 500. Och Menno, ihr Schweine! Nein, dann gehen wir wieder runter. Komm, mach mal schneller! Okidoki! Ach, da kommt man auch? Oh! Ähm, ich geh noch mal kurz hoch. Falls ich jemals wieder da hoch gehen wollen würde, müsste, oder wie auch immer, brauche ich nicht durch das Ding da durch. So, gut. Ok. Das ist die gute Karre. Wobei, bei der anderen ist schon mal reingesprungen oder reingehüpft. Aber die andere hat halt nen Platten, also... Das shit happens. So. Da rüber. Das ist ein Sniper! Sniper, 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 Sniper! Äh... Nichts geschrottet. Egal. Doch, ich hab rüber geschrottet. Glaub ich. Oder? Keine Ahnung. Hey, da ist wieder so... so ein... Dings da. Da unten ein Pferder. Ja... Oder nein. Jetzt ist noch ein Stein. Oder ein Fels. Trüben Pferder. Oder, was ist der rote Punkt? Hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü. So. Das war nichts. Und da musste auf jeden Fall so eine Kolonne wieder sein. Das ist wieder eine Führungsscheuche. Die könnte ich eigentlich kurz noch schrotten. Erstmal hochkommen. Luftmobile, er fliegt. Ach, da kommt doch grad. Naja. Ich mach jetzt erst mal das Ding da platt. Oh, shit. Oder auch nicht. Nö, das ist kein anderer, oder? Das war das grad. Auf jeden Fall hat er ein komisches Symbol. Also verfolge ich ihn besser mal. So. Und wo da vorne fährt er? Jo. Der fährt genau dahin, wo ich hin will, oder? Nein, nicht ganz. Da ist aber kein Kolonnenweg. Egal. Egal, was das auch sein mag, da vorne. Ich werde ihn mir schnacken. Ui. Sein Gummi ist nackt. Scrapulenses. Kabere eine Scrapulens und fahre sie zu. Ah, das ist das Schrottdingens. Okay. Dann soll ich das nicht schrammen, sondern den Fahrer rausziehen. Wo ist der denn jetzt hin? Nach links? Ja. Nicht für einfach, da runter. Juhu. Passt sogar. Ach, scheiße. Falsche Waffe. Hm, so geht's natürlich auch. Verschrecken. Ah, nein. Jetzt hat er sich losgerissen, der Hund. Ach, verdammter Hund, ey. So ein blöder. Verblödeter. Ach, hier habe ich wieder die falsche Waffe. Mann. Sag doch was. So, jetzt muss ich nur... Ich habe wieder ein Sniper, oder? Stimmt irgendwo. Jetzt muss ich den Fahrer nur noch ausziehen. Türen sind, glaube ich, weg. Ja, natürliche Stein-Sniper. Habe ich den Fahrer jetzt raus? Ich glaube, ja. So, schnell darüber. Ja. So. So, dann fahre ich den jetzt mal schnell zurück. Äh. Das ist, glaube ich, noch das Ding da drin, oder? Nö, eigentlich nicht. Fährt nur lahmarschig, das Ding. Ja, vorne in Blendenplatten. Wo muss ich eigentlich hin? Ähm, 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 ähm. Ich habe keine Ahnung. Ich fahre jetzt erst mal da ein bisschen vom Sniper weg. Bevor der Meer die Karre hier noch... Ach, scheiße, da ist schon der nächste Sniper. Schlange, wir gucken, da hin. War gerade immer da aus, oder wie? Eieiei. Mal gucken, wie viel Schrott das Ding da gibt. Tch, hihihi. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Das Ding fährt ja eigentlich gar nicht schlecht. Ich denke mal, weil es voll beladen ist. Ohhhh, den Berg hoch! Komm, VVV! Der braucht bisschen mehr Power, der scheiß Dinger da! Und das hat's auch keinen! Uiuiui! Das ist kein Scheiß zu fahren, zusammenfahren! Ja, so. Gut! Okay. Ich hab zwar keine Ahnung, wie viel es wohl gebracht hat, aber egal. Oh, nice Fahrzeug. Ich hab T gedrückt, du dummer Hund! Ich hab doch R gedrückt! Tee! Ah! Erzengel! Hast du meine Maus schon wieder? Gibt's hier keine Maus? Nö, gibt's keine! Erzengel! Aha! Das sind Erzengel! Autos! Ich will ja den hier! Ha! Den da! Oder den! Wo ist er jetzt? Da! Den da! Naja, Fahrzeuge! Schrottkarre habe ich jetzt freigeschaltet! Skripulenz! Da den scheiß Buggy! Und dann noch den da! Skalbert! Und dann gehen wir zurück! Die Mission habe ich bei dem noch nicht beendet! Ich weiß ja nicht mal wohin! Naja! Gut Freunde, ich mache hier jetzt einfach mal Schluss! Und ja, dann zählen wir uns in der nächsten Folge wieder! Bis dann! Tschüss!